Hallo, ich bin die Carina Schützenhofer, ich mache Lehrer zur Bürokauffrau bei der Firma Prentag in Jundorf. An der Ausbildung gefällt mir sehr gut, dass sie vielseitige Aufgaben in sich trägt und ob jetzt im Büro, im Labor oder im Lager, es warten verschiedene Aufgaben und Herausforderungen auf dich. Hallo, da bin ich wieder. Im Moment bin ich nur im ersten Lehrjahr bei der Firma Prentag, habe aber trotzdem schon ziemlich viel gelernt. Meine Hauptaufgaben sind, dass ich mich um die Lieferscheine kümmere, wie man das sieht, und dass ich ihn wann Eingang mache, wenn er zum Beispiel LKW zu uns kommt, dass ich mich um seine Papiere kümmere und ihm alles zeige. Bei Prentag hat jeder seine eigenen Aufgaben, aber wir sind trotzdem ein eingespieltes Team. Und wenn dir unser Video gefallen hat und du neu geworden bist, dann bewirb auch du dich bei der Firma Prentag und vielleicht bist du bald ein Mitglied unserer Klicke.